Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns auch mal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn ein DirectX 12 Spiele bei eurem PC abstürzen bzw. crashen. Das ist das Thema vom heutigen Video, also relativ allgemein, aber ich denke dennoch, dass da einige sehr hilfreiche Wege dabei sind, was ihr tun könnt, wenn ein DirectX Spiel einmal crasht. Bevor wir allerdings jetzt wieder reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like, Abon, Kommentar da lassen könntet. Ganz einfach, euch kostet es vielleicht ein paar Sekunden und mir macht es eine riesen Freude. Also sollte man sich ja eher die Frage stellen, warum nicht, oder? Kuss geht raus, danke dafür auf jeden Fall. Starten wir direkt rein. Und zwar zu Beginn natürlich erwähnt, dass das an den jeweiligen Grafikeinstellungen von den Spielen liegen kann. Das heißt, checkt einmal kurz ab, ob ihr vielleicht zu hohe Grafikeinstellungen verwendet, also für die euer System einfach überlasten und somit es zu einem Crash kommt. Ist denke ich aber ziemlich obvious, deswegen gehen wir direkt weiter. Das wollte ich jetzt hier nicht. Dann können wir einfach in die Windows-Suche gehen, gehen wir jetzt hier einfach mal Task Manager ein, öffnen diese App hier, gehen dann hier einmal, es sieht wahrscheinlich bei euch so aus, wir gehen einmal auf mehr Details. Und dann bekommen wir hier eine Liste mit all den Prozessen, die wir derzeit geöffnet haben auf unserem PC. Da können wir dann einmal alle Prozesse und Programme, die wir nicht benötigen, die aber relativ viel Kapazität ziehen, einmal beenden, damit wir einfach mehr Kapazität für das jeweilige Spiel schaffen und somit einen Crash verhindern können. Genau. Hier oben können wir dann auch noch nach den einzelnen Komponenten sortieren, was definitiv auch Sinn machen kann. In meinem Fall ist jetzt hier zum Beispiel relativ viel Arbeitssprecher ausgelastet, das heißt, ich kann jetzt hier mal nach Arbeitssprecher sortieren und mir dann die jeweiligen Tasks anschauen, die so viel Rahmen verbrauchen und dann durchgehend brauche ich ein Video Chiefers Experience, wenn nicht einmal unbedingt auf End-Task drücken. Das gleiche dann natürlich auch noch bei den anderen Komponenten machen und dann können wir den Task Manager auch schwierig schließen. Dann für alle NVIDIA-Nutzer unbedingt einmal die GeForce Experience App runterladen, wenn ihr sie noch nicht habt und dann einmal auf Drivers zu gehen und hier unbedingt zu schauen, dass ihr die aktuellste Version vom GeForce Game Ready Driver installiert habt. Einfach auf Download gehen, damit ihr da auf dem aktuellsten Stand seid. Genau. Und dann gehen wir auch schon weiter und zwar in die Windows-Suche, gehen wir jetzt hier Geräte-Manager ein, öffnen diese App hier und hier bekommen wir dann eine Liste mit all den Geräten, die wir installiert haben auf unserem PC. Und da können wir dann einmal beginnen bei DisplayDaptors reinzugehen, rechts wieder auf unsere Grafikkarte und dann einfach auf Update Driver und hier auf Search Automatically for Drivers und dann gegebenenfalls natürlich wieder einen aktuellen Driver installieren. Das gleiche könnt ihr auch noch bei Disk Drives machen und bei Prozessors sind einmal noch die wichtigsten. Genau. Und zu guter Letzt könnt ihr auch noch probieren, also euren Onboard Audio Treiber mal zu deaktivieren. Wie machen wir das? Wir gehen rein bei Sound Video und Game Controllers und dann ganz einfach rechtsklick auf Realtek R Audio, Disable Device und auf Yes. Und um das Ganze zu übernehmen, nicht vergessen müsst ihr dann noch euren PC neu starten. Das war es dann aber auch schon. Euer DirectX 12 Spiel sollte wieder ganz normal funktionieren und nicht mehr crashen. Wenn das geholfen hat, lasst gerne Like, Abon, Kommentar da. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video, ciao, Leute, pfiat euch.